Ich habe mich sehr lange nicht blicken lassen, aber bevor ich irgendetwas sage, möchte ich ein riesen Dankeschön aussprechen und zwar an euch. Ihr seid unglaublich. Ich habe ja eine Videopause gemacht, weil ich momentan auch jetzt immer noch in der Abschlussprüfungsphase bin und ich war so nervös, dass ich einfach erstmal nicht ausstrahlen konnte, also diese Ruhe im Video nicht rüberbringen konnte, weil es einfach nur verstellen wäre und das wollte ich nicht. Und ich hatte ja diese Videopause gemacht und trotzdem seid ihr immer wieder auf meinen Kanal gegangen und ich habe auch sogar neue Abonnenten bekommen. Ich habe über 100 neue Abonnenten bekommen, seit ich das letzte Video hochgeladen habe und das ist eine Menge finde ich dafür, dass ich absolut null aktiv war und das ist schon heftig, finde ich. Und deswegen wollte ich immer ein ganz großes Dankeschön an euch aussprechen und wow, das ist auf jeden Fall viel mehr, als ich eigentlich irgendwie gedacht habe. Ich habe gedacht, der Kanal schläft allgemein irgendwie ein Fortspiel, weil es nächstes Mal ist, warum gewollt. Aber hat das halt gar nichts mehr irgendwie passiert. Keine Kommentare, keine Abonnenten, gar nichts in der Zeit, wo ich nichts hochlade. Aber ihr wart einfach die ganze Zeit da und habt weiter so Unterstützung rausgehauen mit Kommentaren und Abos und alles. Und dafür einmal ein riesengroßes Herz an euch. Vielen, vielen Dank. Ich habe es nicht erwartet. Ihr habt mich sehr überrascht und das gibt mir natürlich wieder Mut, wieder neu anzufangen. Was die Prüfungszeit angeht, die ist leider noch nicht vorbei. Am 17. Juni habe ich meine schriftliche Abschlussprüfung. Ich habe jetzt alle praktischen Prüfungen hinter mir. Also es waren insgesamt drei praktische Prüfungen. Eine verlief über einen Zeitraum von ungefähr zehn Tagen. Das war ein Prüfungsteil. Ein Prüfungsteil hat einen Tag gedauert. Die Aufgabe wussten wir vorher schon. Und ein Prüfungsteil hat noch einen Tag gedauert. Und die Aufgabe haben wir erst an diesem Tag bekommen, dass wir keine Vorbereitungszeit oder sowas hatten. Und die habe ich jetzt alle hinter mir. Das muss alles nur noch ausgedruckt werden. Übermorgen gebe ich das ab. Also am Mittwoch. Ich weiß nicht, was ich dieses Video hier hochladen kann. Ich hoffe, dass es heute noch hochkommt. Das wäre richtig geil, weil heute auch der letzte Praktikumstag war, den ich hatte. Und ja, also mein Praktikum ist so gesehen vorbei. Jetzt muss ich nur noch auf die schriftliche Prüfung warten. Das hat sich alles durch Corona ein bisschen verschoben. Ja, das war jetzt soweit der Info-Teil. Ja, ich bin so nervös. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Das fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ich habe zwei neue Trigger für euch. Und ich habe die Trigger woanders noch nicht gesehen. Deswegen hoffe ich, dass die euch gefallen werden. Den einen Trigger habe ich im 1-Euro-Laden geholt. Und ich würde damit jetzt einfach anfangen, aufhören zu reden. Und ihr lehnt euch zurück, macht die Augen zu und genießt es einfach schön. Sanchi? Sanchi, was tust du hier? Legst du dich auf meinen Schoß, dann darfst du bleiben. Aber bitte nicht zu laut sein. Ja, ist okay. Ich knister jetzt mit diesem Ding aufhören. Ja, ich bin hier. 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 Das región. Och ich bin hier. Ich bin hier. Also, wie jetzt mun ich. Schon nicht sein soll. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe mich ein paar Moment. Aber ich bin ihr da. ich bin hier. perceber. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.Ja, Lauf. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und Das war's. 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 So loud. Das war's. 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 Das war es bis jetzt wie mit dem Triggerball. Ich glaube, den nenne ich wirklich Triggerball. So sieht der aus. Da sind so kleine Kügelchen, Plastikkügelchen drin. Als ich den gesehen habe, wusste ich sofort, den musste ich für ein ASMR-Video kaufen. Und ich habe mir gleich zwei gekauft, falls einer kaputt geht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich packe den eben kurz wieder zurück. Und den zweiten Trigger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.